Ab 22. August im Handel. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Die September-Ausgabe. Schwerpunkt Rapfen. Spektakuläre Bisse, heftige Drills und jede Menge Adrenalin. Der Rapfen ist ein Räuber der Superlative. Wir widmen dem Wolf im Schafspelz in dieser Ausgabe ein komplettes Schwerpunktthema und zeigen Ihnen auf zwölf Seiten, wie auch Sie im Fluss und See erfolgreich auf Rapfen angeln. Die Profiliga. An der Mars treffen in dieser Ausgabe Stefan Seuss und Jens Franke aufeinander und fischen gemeinsam einen Tag lang auf Hecht, Barsch und Zander. Welcher der beiden Profis allerdings das richtige Gespür für den richtigen Köder bewiesen hat, das sehen Sie exklusiv auf der aktuellen Fisch-und-Fang-DVD. Mit Matze am Wasser. Was passiert, wenn zwei Ender-Jungs Matze-Koch an ihr Hausgewässer einladen? Logisch. Es wird herzlich gelacht, es wird fleißig geangelt und es wird natürlich auch gefangen. Mit Matze am Wasser. Die neue Serie startet in diesem Heft. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Die September-Ausgabe. Ab 22. August überall im Handel. Jetzt Fan werden und keine Neuigkeiten verpassen. Facebook.com Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Das Erlebnismagazin für Angler.